so leute wir sind hier live ich bin jetzt in meinem cabrio zum strand gefahren zum badestrand und das natürlich in meinem bierkönig oberteil was ich mir ertrunken habe ordentlich ja also das shirt live vom bübeln und jetzt werden wir mal sehen wie es im wasser so aussieht also ich schaue mal hinter mich also echt mega geil geiles wetter und ich habe auch schon richtig farbe bekommen und wir werden jetzt erst mal anbaden ja ganz herrlich und gehen ins wasser schön herrlich nämlich echt eine super sache ich glaube das wasser hat ungefähr zwei grad in etwa aber ein bübel boss muss natürlich trotzdem rein ins wasser ja das ist echt mega wichtig ja und das ist echt mega gut ja ganz schön kühl so und jetzt wie gesagt geht es rein ins wasser ihr seid live dabei wie der boss abtaucht aber es muss halt sein denn der king muss es einfach immer allen vormachen wie das funktioniert schön im bierkönig t shirt wie ihr alle seht der boss macht das ja und wenn ihr was wollt könnt ihr alles machen schön tief dieses halben meter und es ist echt herrlich ja also schöner geht es gar nicht als hier am strand schön abzuhängen und das wasser zu genießen also leute der armo lübel boss knallhart der erste hier im wasser in ganz deutschland und so sieht das aus macht was besser aus eurem leben ich bin einfach der king und offizieller boss und war schon im wasser ganz herrlich also gas geben jetzt gehe ich nochmal richtig rein gut